Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Mist Survival. So, na bald haben wir wieder die 100 Folgen voll. Folge, Folge Staffel waren es ja, weiß ich nicht, 150, 155, 151, irgend sowas. Ich glaube 151 waren es. Aber vom Inhalt her haben wir jetzt schon, ja, schon eigentlich alles gesehen. Wir haben alles gemacht. Ja, Grubenboss können wir nochmal machen. Auf eine andere Methode vielleicht, weil diesmal haben wir ihn ja von oben bekämpft gehabt. Da in der Old Mine, welches ja der New Mine ist, eigentlich. Schauen wir mal, schauen wir mal, was wir heute machen. Ich würde gerne einen Bären rendern und da haben wir ihn schon. Lasst uns mal den Bären rendern. Ja, wieder eine Plünderungstour, weil wir haben in den letzten Tagen, Wochen, Monaten echt viel gebaut. So, das liegt nicht daran, dass ich diese, aua, herrlichen Balisadenzäune und sowas so gerne habe. Das gar nicht, weil die gefallen mir nicht mal. Sondern, weil wir ja so einen Sniper-Turm selber haben wollten. Und dann hatten wir ihn und haben nicht gesnipet. So, da ist auch eine Hütte, die können wir auch noch einmal überprüfen. Aber, vorerst mal, muss das so reichen. So, ein Müllsack auf der Straße. Hier liegt noch ein wenig tatsächlich Schrott. Der tatsächlich Schrott. Also, da war schon jemand. Hm, wer das wohl gewesen ist? So, wo ist der Bär? Wo ist der Bär? Wo ist der Bär? Der Bär. Der Bär. So, den hätte ich jetzt gerne sehr. So. Na? Das war auch nicht gut. Nö, nö, nö. War gar nicht gut. Da, 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 da. Ach, und jetzt läuft er wieder. Nur, weil ich da bin. So. Naja, das kann man einfüllen. Vielleicht kommt er ja wieder und beißt mich in den Rücken. So. Während Benzinzapfen in den Rücken gebissen. Junger Überlebender stirbt nach Bärenbiss. Ja, haben wir gemacht. War toll. Die Schachtel hätte ich gerne mit. Und das würde ich gerne lesen. Da, 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 da. Da, 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 da. Eigentlich müssten jetzt die Bandits wieder da sein. So. Schau mal da rauf. Da ist er ja wieder. So, wir nehmen mal den da. Da, da, da. Aber nicht mit Hunting. Genau. Basic. Ganz basic. So. Interessant. Jetzt aber. Neben dem Auto gefallen. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh, gut. So, ich werde gleich batschern. Aber zuerst will ich da schauen, wo meine Pfeile in den Boden stecken. Ob ich die überhaupt noch finde. Ah. Finde. Ein Heidelbeere. Da Dinge man natürlich nicht mit. So, und ich glaube, das war es aber auch schon mit den Pfeilen. Da, 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 da. Wie spät ist er das? Zehn. Ja, da können wir schön batschern. Bis der Nebel kommt. Da, da, da. Nein. So. Batschern, bis der Nebel kommt. Mal das gleich essen. Aber dann kommt der Nebel jetzt schon. Nachrufe ich nicht. So. Verhungern werden wir jetzt nicht während des Batscherns. Vielleicht maximal vernebeln. So, wie haben wir so da? So, wir brauchen auf jeden Fall Fett. Weil, wir haben auch gesagt, den Generator müssen wir auch wieder aufdrehen. So. Wollen wir das mal so batschern? Ja. Toll. Wie kann denn nur immer? Wie, wieso? Warum? Wieso? Weshalb? Wieso? Ja. Immer. Oder? War das bisher? Vielleicht einmal. Vielleicht einmal. Das kann ja nicht sein. Immer. Komm. Ah. Wieso? Und da kann man ja niemandem erklären. Das ist Zufall. Nö, nö, nö. Das ist schon so programmiert. Komm. Macht mal irgendeine Tätigkeit. Ja. Nein. Das ist gewollt so. Das ist gewollt so. Definitiv. Nö. Oh, wir stehen da mal ab. Super. Nö. So. Okay. Sowas aber auch. Oh, ist doch schrecklich. Das macht man doch nicht. So. Die gute Forschbatterie. Was kommt da rein? Das macht man nicht. Warum geht es ans Batschern? Geht schon los. Was ist denn das? Macht man nicht. Oh. So. Blatt, Blatt, Blatt. Da, 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 da. So. Wir werden gleich was trinken. Weil wenn wir schon da sind. Ja. Können wir das auch gleich machen. Wieso? Ärger. Groll. So. Ja. Ihr. Ich stelle mir auch vor, wenn das dann später mal so ist. Man muss die auch versorgen. Ich hoffe, dann haben sie aber auch mehr Dinge. Es wäre doch cool, wenn man sie federn. Zum Beispiel. Wenn man ihnen sagt, so wie es Gott. Geh mal Bäume fällen. Dass man sagt, Kate. Hol mal Äste. Oder Federn. Oder Rachel. Tagesteine. Einfach so. Herum. Da, 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 da. So. Da kommt die Fetten rein. Und da am Grill legen wir das. Den kann man da gar nicht reinlegen. Ich wollte den Brokkoli da reinlegen. Brokkoli. Da war ja ein wenig getriggert dann mit Brokkoli. Kann ich eigentlich dir mit dem Hammer den Schädel einschlagen? Naja, ein wenig geht das. Ein wenig geht das. So. Aber da gibt es Besseres, oder? Ich habe es auch dabei. Und ich weiß, worauf du wartest. So. Darauf wartest du. Da, da, da. So. Wegräumen wollte ich noch. Genau. So. Essensdosen. Viele, viele Essensdosen. Nö. Ja. Ja. Da, da, da. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. So. Dann haben wir da den Schrott. Super. Andererseits haben wir gleich die Chance, dass wir jetzt ein wenig wegräumen können. Ist ja auch nicht schlecht. So. Weil sonst verschiebt man das ja immer. So. Da haben wir Brettchen. Aber Nummer zwei. Gut. Die legen wir auch dorthin. Die legen wir draußen hin. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Ja, ja. Ich komme gleich. So. Ich muss noch Flaschen wegräumen. Das Pfand einsammeln. Und jetzt bin ich schon bei euch. So. Eins, zwei und drei. Eins, zwei und drei. Danke. So. Dann machen wir da mal auf. Looten. So. Dann werden wir den da looten. So. Und ich würde auch gern. No risk, no fun. Dieses Blatt mitnehmen. So. Ja. So. Brokkoli ist da drinnen. Das trägernde Brokkoli. So. Das können wir aber da unten reinlegen. Weil da sind auch Kartoffeln drin. So. Brokkoli. Da, da, da. Da, 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 da. So. Da sehe ich nämlich Blätter. Die können wir da drüben auch reintun. Irgendwann werden wir wieder Seile machen. Und dann brauchen wir tausend Blätter. So. Wohntextilien. Ja. Eigentlich wollte ich einen Bären rendern. Ich wollte einen Bären rendern. Ja. Aber da kann man doch keiner ein... Niemand kann man einreden, dass das alles Zufall ist. Dass das... Ja, Borki könnte man auch holen. Aber jetzt? Nö. Man beginnt zu rendern. Nein. Zu patschern. Und schon geht's los. Von lauter Zorn. Vergesse ich, in welcher Kiste was liegt. Das ist nur so. Muni und Muni Teile. Muni und Muni Teile. So. Wäre besser in dem Kasten. Aber in dem ist schon so viele Sachen drin. So. Gut. Apropos Brut. Wir werden uns da zwei Stunden oder so ausruhen. Weil ich sehe da gerade. So. Wir schlafen. Zehn Jahre Nebel. Nö. Lass doch. So. So. Wir haben alle... Nein. Den letzten haben wir nicht gelotet. Genau. Da haben wir uns fürs Blatt entschieden. Da. Da. Und schon fahren wir wieder zum Bären. So. Das kann nicht sein. Also das ist doch bewusst so gemacht. Bin ich überzeugt davon. Oh ja. Bandits sind ja auch wieder da. Weil wir ja ausgelockt haben. So. Da ist sicher nichts drin. Da ist auch nichts drin. Genau. Also wie der Bär hier gefallen ist, ist echt, also faszinierend. Armer Bär. Beim Angaloppieren erschossen worden. So. Wir nehmen das wieder. Wir nehmen das wieder. So. Dauert drei Stunden. Super. Es wird zünkler. Wenn jetzt wieder Nebel kommt, dann werde ich aber... Dann werde ich wild. Schöne Abendstimmung. Aber noch nicht wild. So. Ähm. Geht sich das noch aus? Ja. Wir holen einfach noch Fleisch raus. Wir machen das. Ich könnte aber auch zwei Terme wiederholen. Vier Terme. Dann machen wir das mal. So. Präsent. So. Ich habe mich nur so hingestellt, weil ich traue dem Spiel ja eigentlich zu, dass das ein zweites Mal auch noch. So. Und da. Zwei. Drei. Vier. Kommen die um 20 Uhr oder um 21 Uhr? Ich habe es vergessen. Ja. Machen wir uns ein Ding noch. Also die Nager meine ich jetzt. Es kann ja auch sein, dass die gar nicht kommen heute. Es kann auch sein. So. So. Ja, jetzt haben wir viel Fett gebatschert. Und immerhin zwei Leder. Da haben wir ihm das Leder abgezogen. Ähm. Upsi. Na fast, aber. Ich finde es auch gut, dass die Banditen schießen und dadurch ja die Teile des Autos auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Finde ich gut. Finde ich in Ordnung, weil niemand hat einen Panzer. Finde ich gut. Aber. Dann muss es auch die Möglichkeit geben, einen Motor zu bekommen. Nachzubekommen. Oder zu bauen. Oder. Ich meine, ich kann einen Motor, also einen Generator bauen, aber keinen Motor. Na ja. Was wollte ich nicht? So. So. Motor. Oder Generator. Da ist zu viel drin. Das kann ich alles nicht mitnehmen. Ja. So. Dann nehmen wir nämlich nur das und das und das und den Rest lassen wir drin. So, meine Lieben. Soviel zu meiner Theorie. Ich glaube, gestern habe ich das gesagt, oder? Und wenn die Dinge ausgewachsen sind, brauchen sie instant wieder Wasser. Ja, und da habe ich ihn damals geerntet, weil ich mir gedacht habe, oh, da sind doch schon Metzkolben drin. Ja, und dann war es weg. Gar nichts habe ich bekommen. Nichts. So. Ist der? Ja. Na ja. So. Nö, wir wollten... Ach, ja, genau. So. Der erzählt er von der Gefahr. Und dann läuft er noch in die Garage. Ja. So. No risk, no fun. So. Dann da. So. So, und im unteren, genau, da haben wir das Blatt drin. Das räumen wir auch da rein. So, das Blatt. Und wir haben irgendwo Klebebänder, nämlich oben. Da in der Kiste, Klebebänder, Nägel und so weiter, würde ich nämlich jetzt sagen, Klebebänder gebe ich einfach in die obere Kiste, Klebebänder und Nägel. Da haben wir ja jetzt Platz. So. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So. So, dann kommt das da. So. Ja. Nein. Ja. Ja. So, da freut er sich. So. Und den Kasten können wir langsam auch wieder auffüllen. Boah, ist das cool. Ist doch super. Super. So, dann hier drüben, Kate steckt nicht mehr fest. Auch das freut mich sehr. So, und so. Und da können wir auf den Grill drauflegen. Das und das. So, ich brauche Brenholz. So, Brenholz könnte man sowieso wieder mal machen. So, Brenholz könnte man sowieso wieder mal machen. I can't light. Super. So, und da oben haben wir ja. Ja. So, dann werden wir das so machen. Eigentlich wollte ich ja das da abreißen. Und jetzt lege ich da schon. Oh, noch mehr, noch mehr. So. Da fehlen auch Streichhölzer. Okay, ich hole auch noch Streichhölzer. So. Ich will ja nicht so sein. Eigentlich wollte ich es abreißen. Dann können nämlich meine guten, 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 können dann toll zur Werkbank. So. Und ich werde es nach dem hier, glaube ich, auch wirklich abreißen. Ich lasse das da drinnen liegen. Moment, das schadet nicht. Das werde ich auch da drinnen liegen lassen. Na, das mache ich so. So. Dann haben wir den hier und den hier. So, Durst haben wir schon wieder. Da, 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 da. So, und das checken wir. Sehr schön. So, Hunger, das hat alles noch Zeit. So. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich, ich, ich werde gießen. So, einer muss ja. Wäre auch so eine Aufgabe. Für die Mädels und Jungs hier im Camp. Im Mistcamp. Der ist mal leer. Die laufen den ganzen Tag so auf und ab. Rachel etwas ambitionierter. Aber im Endeffekt. Da, 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 da. Ja, Scott, ist ja gut. Sind die schon fertig da? Ich glaube aber nicht. Nein, ich glaube nicht. So. Dann ist auch die Gießgarne leer. Wunderbar. Wunderbar. So, die legen wir da rein. Wir nehmen das Stöckchen wieder in die Pfote. So, dann würde ich sagen, wir legen uns mal. Hi, Rachel. Also wir. So. Ja, bevor wir das machen, betrachten wir uns aber Gold. Ja, das Gold. Warum hast du das gelagert? Ich weiß es selber nicht. So. Ich habe was gehört, ich habe was gehört. Oh mein Gott, wie aufregend. Ich habe was gehört, ich habe was gehört. Was habe ich gehört? Ist ja keiner da. Scott, gehst du auch nach hinten? Oder willst du noch ein paar Bäume fällen? Gut. So. Na dann. Keine Nager? Was ist denn da los? So. Meine Lieben. Dann würde ich aber sagen. Normalerweise macht doch die Tür vom Schlafzimmer zu. So, meine Lieben. Ich danke schön fürs Dabeisein. Und wir sehen uns morgen gegen, naja, 16 Uhr, 15. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.